So, was hat... so ein Verhalten hab ich noch nie erlebt! Muss ich wohl hier lang? Was ist ein Fahrpunkt? BÄM! BÄM! Zu schade, dass nur Kommandos-Faktor-Implantate eingesetzt kriegen. Ich könnte Hilfe gebrauchen! Oh! Zentrale, wir brauchen vielleicht einen neuen Delta-Leader! Ach, jetzt mildert er sich! Jetzt mildert er sich wieder! Nein, das war falsch! Hm... Spülladen... Das war's! Nichts! Ja! Schade, dass nur Kommandos-Faktor-Implantate eingesetzt kriegen! Ich könnte Hilfe gebrauchen! Schöner Wurf Bam 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 Einsammeln, einsammeln Eh, wie hoch Wo willst du denn hin? So weit kommst du nicht Alle tot Sind alle tot So ist es gut Lauft Ich werde sterben Deltas, feuert auf die Bieste mit den Messern Deltateam, bitte melden Hört mich jemand Messer Was ist denn jetzt noch mal der Bagda-Spender da? Da ist er Und weiter Quicksave Quicksave Nicht gut Shit Bäm So was Nö, ist nix Das zweite Geschütze ist inaktiv Das Ding könnte mir doch Rückendeckung geben Kaputt Na los, ihr fetten hässlichen Fiefex kommt und holt mich Und jetzt hab ich die Schütze von mir Die verdammten Dinger sind überall Ich seh nix Oh okay Oh, die Linze frei Wir haben noch einen Echse, äh Transchana Muss er Sobald ich mich in den Datenkern gehackt habe, kann ich das Team zusammentrommeln Jawohl Das ist defekt Ah Sieht auch defekt Das ist kaputt Das ist kaputt Das ist kaputt Das ist kaputt Äh? Hmm Hmmmm... Wie viele Loch reinmachen irgendwo? Nö Belangen Sie Zugang zum 8er Datenkern? Oh, was ist das? Rücken und Halt um Aufflugrekorder zugreifen Funktioniert einigermaßen Wieso drücke ich die ganze Zeit auf E? Hmmmm... Gerade noch rechtzeitig So Deltas, falls mich jemand hört, ich hückel zum Treffpunkt vor Deltas! Sind alle tot? Oh, oh, oh Vergiss es! Rettung des Teams Kein Plan übersteht jemals den ersten Feindkontakt Für das Delta Team schlägt die höchste Stunde Trennend und verwundend müssen sich die Teammitglieder finden und einen Gegenangriff führen oder an Bord des Geisterschiffes sterben Ich bin im Steuerbordfahrwerk Wir treffen uns bei den angegebenen Koordinaten Roger Boss, bin schon unterwegs So ne Schweinerei Okay Finden Sie den Ausgang zum Fahrwerk Nein Vaas Ja Bäm BÄM Das muss keiner überlebt haben Und Zeit für eine Sprengung Die Echsen sind einfallsreich, dann räumen wir hier mal auf Und Punkt Verdammt aufpassen, da sind noch mehr explosive Fässer Je gut, improvisierte Explosionsgeräte Verdammte Geschütze Schon wieder Sammler, ich hasse diese verdammten Droiden Im Lauf So Sammeln Hoch Leiderborn 440, bin hier auf heftigen Widerstand gestoßen Ich werde mich ein wenig verspäten Keine Sorge Fichser, ich warte auf Sie Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü so ja keine aktivität halten sie die augen offen jetzt hinterhalt shit wait aua nein Ich stirb. Du auch. Bäm. Die Trandors warten. Warten am Achten Sie auf Hinterhalte. Achten Sie auf Hinterhalte. Scheiß Sklavenhändler zu sein. Sklavenhändler. Ich kann mich noch so schwach erinnern. Das ist so ein Überdimensionier. 3-8, bitte melden. Ich glaube, das Delta-Team wurde ausgelöscht. So einen übergroßen Tramsteiner gibt es in so eine Metallrüstung. So. Scheiß Sklavenhändler zu sein. Ja. 3-8, hören Sie mich. Ihre Einheit sendet nur noch schwache Vital-Daten. Na, Einheit. Ich bin... ... so... ... Ihre... ... auf mich bezogen. Schein Sklavenhinter zu sein! Ajo? ... ... wah! Nein! 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 Oh, Mann! Schein Sklavenhinter zu sein! ... ... Ähm... ... was zum... Schein Sklavenhinter zu sein! Das ist nicht safe. Safe. Trandoshanische Umgebungsmine. Unangenehm. Wo? Safe. Jetzt geht er schon durch die Tür. Halt's mal! Null! Verdammt! Ich bitte Sir, ich hab Sie nicht verstanden. Äh, war wohl nur eine Verbindungsstörung. Wenn Sie das nur endlich lassen könnten. Was hat er denn jetzt ge... äh, links gewechselt? Ich hab schon ins Auge. Noch eine Barrikade? Diese Echsen gehen wir langsam auf den Wecker. Und... Feuer! Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020